Ja, guckst du ganz am Nottag bei den Bäckern wieder rund. Äh, richtige Idee, ich speichere mal. Was der zweite Buchstabe ist, deswegen Stress und nicht Stress. Weil eigentlich habe ich Stress, oder ich hatte Stress, ich hatte Stress. Ja, bleiben wir drauf, ich hatte Stress. Ich will jetzt mal ein bisschen was probieren. Deswegen habe ich gespeichert, weil ich glaube nicht, dass das Erfolg wird sowieso nicht haben. Ich will einfach mal ein bisschen vorpreschen. Und mal schauen, was das dann so zur Folge hätte. Einfach mal ein bisschen leichtsinnig sein. Kann es sein, dass ich eine Axt brauche? Ich glaube, ich brauche eine Axt. Ja, eine Axt. Man möge uns eine Axt schmieden. So, der Weg zu den Baustellen dürfte frei sein. Oder? Doch. Ja, müsste frei sein. So, unsere tatferen Recken schreiten mal voraus. So, denn der Hauptmann auch mal dabei ist. Ja, eigentlich wollte ich den Fuß direkt rein marschen, sondern nur mal gucken. Ich schicke mal ein Dieb voraus. Ja, guck, die ersten Bretter kommen. Sehr schön. Du stellst einfach mal hier noch ein Wasserwerk hin und du darfst dann die Arbeit wieder aufnehmen. Da, so. Okay. So, dann einmal voraus bitte und einmal schauen. So, das sind schon mal ein paar Blöse Lerys. Ich überlege gerade, ich habe gespeichert, aber ich überlege gerade, ob ich jetzt sage, ja, ich habe eh gespeichert. Ich marschiere jetzt einfach ein, auch wenn ich es eigentlich noch nicht als sinnvoll erachte. Na, komm, wir warten. Ich glaube, sobald hier die Gold- und Kohleproduktion angelaufen ist und die zweite Goldspielze aufleistet, dabei ist diesmal schon dabei. Dann dürfte die Welt schon mal anders aussehen. So, hier noch die Goldüminen. So, hier noch die Goldüminen. Uh, Platz, wo wo es so aus ist, bin ich nicht am besten. Er ist sogar... Klaren wir doch mal direkt zwei. Sägewerke sind eh voll mit Brettern, Steinmetz ist voll mit Stein. Steine haben wir überhaupt 35 Euro? Einige. Wie viele Steinmetz habe ich da aktuell? Einen nur? Ja, komm ich stell hier schon mal hin. Früher oder später wird er seine Arbeit anfangen. Na komm, ich hole mal unsere Truppe wieder zurück, weil ich vielleicht doch mal auf dumme Ideen komme. Na komm, ich hole mal unsere Truppe wieder zurück, weil ich vielleicht doch mal auf dumme Ideen komme. Da ist immer sofort einer rausrennen muss. Bleib einfach weg. Bleib einfach mal schnell weg von der Grenze. Ich glaube, ab so ein paar Meter Abstand gehen die wieder zurück. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ich hoffe immer noch. Okay, da braucht er irgendwas. Vielleicht ein Turm. Okay, wo auch immer du hinrinnst, du rinnst anscheinend nicht mir hinterher. So, die Mine stehen alle. Machen wir doch mal hier noch einen Fischer hin. Denn vor allem die Goldmins sind gerade sehr wichtig. Weil das mein aktuelles Nadelöhr ist. So, wie viel haben wir? Wir haben 18 Schwertkämpfer. Plus 48, das sind 66. 70, 80, 81. Okay, 19, eine Erklärung. Dann haben wir die 100 Schacht voll. Da kommt auch schon das erste Gold raus. Wegen gleich da auch nicht viel zu sein scheint, obwohl da eigentlich viele Fähnchen waren. Machen wir gut. Mal schauen. Mana als Munition. Kann jedes Gebäude zerstören? Ja, da stellen wir doch mal einen her. Guck mal, hat er... Moment, hat er nur zweigeteiltes Gebiet? Oder ist er nur hier unten nicht zusammengewachsen quasi? Witzig. Was ist denn nochmal unser Ziel? Die Siedlung war irgendwann. Okay, also alle umbringen. Ein Lohnet ist sie. So, wir haben 30. Plus 49, sind wir nur bei 79. 80, 94, oder? Ja, entweder habe ich mich gerade sehr verzählt, oder äh... Ich hatte einige nicht mitmarkiert. Autschi! Ja, okay, da hat doch ein paar Truppen mehr. Da sollte ich vorsichtig sein. Die Siedlung füllen. Dann geht's ... Ich bin nervös. Und ich kann, ob ich vielleicht nicht doch ein paar Tünge bauen will, einfach um die Grenze ein bisschen schneller zu schieben. Und ich glaube, das mache ich. Dann packen wir uns gegen. Robert, Lauchnahkämpfer. Du bist Lauchnahkämpfer. Sehr gut. Dann stelle ich mir vielleicht schon mal da oben hin. Wir haben nichts zu tun. Das glaube ich so in der Form jetzt nicht. Und mit dem geht doch mal hier oben. So, ich glaube, der erste von Thor's Hammond überspannt. Finde ich gut. So, 30, 58, 59, 79, 80, 94. Immer noch. Ein Hammer-Thorst wurde fertiggestellt. Will ich angreifen? Ich weiß, irgendwie hätte ich Bock, aber ich bin definitiv noch, glaube ich, ich glaube, ich bin noch unterlegen. Deswegen macht das eigentlich noch keinen Sinn. Ich packe mal Gold an allererster Stelle. Dann läuft es wahrscheinlich auch mit der Goldwarenproduktion. Wobei, die Warenproduktion scheint jetzt gerade gar nicht mal so ein Problem zu sein. Mysteriös. Ja, guck, jetzt passt dir auch noch was hin. Auch noch eins. Wunderbar. Bretter und Steine. Habe ich Gott sei Dank noch welche. So, 30, 58, 59, 60, 80, 94, 95. Schon wieder einer dazugekommen. Aktuell habe ich hier ein Transportproblem anscheinend. Also, ich habe ein sempe, keine knows. Ich helde dir bald auf 120, 60, 5000 km. So, fünf sehr, achtmal nichtFL principellen. So, hier haben wir es geradeма Athleten. So, jetzt werde ich Feedback hin. So, ich convergere die Z impermeisterung der Landprodung nach. So, ich möchteやは alle Situationen. So, jetzt mache ich deine Kochchen. Vielen Dank.